Sehr geehrte Zuschauer, ich lade Sie ein zu 2020-20, die Wahlarena zur Landtagswahl Brandenburg am 20. August um 20 Uhr in der Marlina-Dietrich-Allee 20 in Potsdam. Wir haben vor Ort, vor dem Sendegebäude des RBBW, unsere Diskussion, unsere Debatte zu dem, was drin in der Wahlarena gefragt wird, aber auch Ihre Fragen hier vor Ort. Spannender, interessanter und dramatischer im Brandenburger Bürgerfunk am 20. August. Bei der Wahlarena werden eigentlich die Spitzenkandidaten aller Parteien und politischen Vereinigungen vorgestellt und sie diskutieren. Doch nicht so dieses Mal, denn der RBB hat neue Regeln aufgestellt. Diese Regeln besagen, die im Landtag vertretenen Kräfte dürfen auftreten. Warum BVB-Freiwähler nicht? Na ja, alle außer wir. Mitmachen darf aber die FDP, die gar nicht im Landtag ist. Aber natürlich geben wir als BVB-Freiwähler nicht so klein bei. Wir klagen auf Teilnahme am 20. August. Sollte die Klage nicht gelingen, stecken wir den Kopf nicht in den Sand, sondern laden ein zu 20.2020 am 20. August um 20 Uhr zur Marlene-Dietrich-Allee 20 Sendegebäude des RBB. Wir ergänzen den RBB gern und das sogar ohne Rundfunkgebühren. Also daher seid dabei, es wird interessant, es wird sicher spannender, aber auf jeden Fall dramatischer als im Gebäude drin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.